Übernahme! 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 Solidarität ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit. Und deswegen stehe ich heute hier, weil ich möchte, dass der Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst nicht durch unzureichende Tarifangebote der Arbeitgeber weiter verstärkt wird. Über 380.000 Kolleginnen und Kollegen fehlen derzeit an den verschiedenen Fronten des Staatsdienstes. Aufgaben, die ihr für die unbesetzten Stellen miterledigen und auffangen müsst. Und das tagtäglich mittlerweile seit vielen Jahren. Wir junge Menschen wollen und verdienen ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben. Und dafür bedarf es natürlich einer finanziellen Ausstattung für uns. Dazu gehört aber auch tatsächlich die unbefristete Übernahme nach Bestand der Abschlussprüfung. Wertschätzung und Respekt sagt die Arbeitgeberseite immer. Aber wenn es darum geht, mehr zu bezahlen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, dann ist nie Geld da. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das können wir uns einfach nicht mehr bieten lassen. Ciao! Ciao! Wow!